was geht leute wir müssen wieder reden wir wollen gucken dass nba 2k 25 besser wird als das letzte jahr deswegen heute unsere wunschliste let's go diese wunschliste haben wir im stream zusammen in den kommentaren auf youtube und unter anderem aus meinen eigenen ideen erstellt und das ganze möchte ich heute vorstellen es sind acht punkte die 2k besser machen muss damit my team gerettet werden kann die letzten zwei jahre war okay wirklich dabei den modus kaputt zu machen der modus den wir so lieben my team vor zwei jahren 23 mit der bannwelle die leute wurden aus dem turnier rausgeschmissen weil sie mts gekauft haben was cheating ist aber in der menge machst jahrelang vorher nichts dann schmeißt du alle raus das war zu heftig jetzt dieses jahr vom spielermarkt ohne auktionshaus rein in das gambling da wird gleich noch mehr dazu kommen es wird auch vielleicht wenn ich zeit habe in den sommerferien noch eine nba 2k 24 my team dokumentation geben eine ein dokufilm ich hoffe ich hoffe ich krieg das hin ja acht dinge die 2k besser wenn es gefällt lasst ein like da wenn du neu bist lassen follow da und wenn du dich für nba news interessiert dann schau doch mal auf meinen zweiten kanal vorbei all nba links in der video beschreibung jetzt der erste punkt den 2k besser machen muss ist bitte 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 weg mit dem glücksspiel weg mit dem glücksspiel dass man die spieler die man haben möchte nur in packs bekommen kann und dann muss man erst mal diese eine collection holen für viele mts damit man dann ein pack bekommt mit dem man dann die chance hat einen von den guten spielern zu bekommen meistens ist es ja so wir können ja mal ganz gerne reingehen wir gehen hier in den player market rein ob es ist das pack market wir gehen per markt rein man muss die drei spieler holen die insgesamt um die 900.000 mt kosten 945.000 um genau zu sein und wenn du die holst und ein lockt dann kriegst du ein pack mit dem du eine chance hast einen der guten spieler zu bekommen es gibt immer auch gurken in diesen packs und das ist nicht das was sinn des modus ist deswegen bitte weg mit dem glücksspiel nächster punkt der player market muss bedeutender werden das sind punkte die gehen ineinander überein aber es sind trotzdem extra punkte wenn du so einen player market hast dann muss der auch sinn machen das einzige wofür dieser player market aktuell da ist ist sich diese spieler zu holen damit man die spiele einloggen kann damit man die chance auf das bessere stückchen hat also auf einen der spieler die man eigentlich haben möchte die man anders nicht bekommen kann entweder über das einloggen oder und das ist auch wieder thema glücksspiel oder über die packs ich habe doch keinen bock packs zurück ich habe meine mts mehr hat er spielt ich will mir diese ausgeben für die spieler die ich auch haben möchte nicht 400.000 mts spielen über ein zwei wochen haben ein zwei wochen ja wahrscheinlich aber in harten phasen ja in einer woche 400.000 mts spielen und dann in der nächsten promo 400.000 mts ausgeben für 20 packs in denen am ende gar nichts drin ist okay das geht gar nicht und deswegen das muss aufhören mts müssen wieder was wert sein punkt nummer drei und das ist der nächste punkt in diesem ganzen wirrwärm den player market und das glücksspiel eine ganz wichtige rolle spielt und das haben gefühlt 99 prozent der leute gefordert die ich auf twitter in den youtube kommentaren im stream gesehen habe das auktionshaus muss zurück leute das auktionshaus war das herz von my team modus das auktionshaus ist das herz von fifa ultimate team das auktionshaus ist das herz von man ultimate team wir wussten es schon immer aber wir haben es erst jetzt so richtig gemerkt das auktionshaus ist das herz vom ultimate team modus von my team modus es geht darum karten zu sammeln es geht darum karten zu tauschen eine karte günstiger zu kaufen teurer zu verkaufen eine karte zu ersnipen für einen preis der unglaublich günstig ist und dann diesen einen spieler in seinem team zu haben den man schon immer haben wollte auf etwas sparen sich das holen was man haben möchte ohne dass irgendetwas wo versperrt ist das ist das ist weg und das versperrt das ist ja schon durch die locken zweck gewesen aber so weit wollen wir gar nicht gehen wir wollen einfach wieder ein auktionshaus haben es gab ganze youtube kanäle die auf auktionshaus grinden aufgebaut waren da haben leute quasi ihre jobs verloren auch wenn es vielleicht nur die neben jobs waren ganz egal das war krass dass das auktionshaus raus dass das muss wieder zurück bitte punkt nummer vier ist der erste punkt der nichts mit diesem ganzen zu tun hat was glücksspiel spielermarkt und so weiter zu tun hat matchmaking matchmaking online matchmaking ich rede hier vom unlimited modus hauptsächlich wenn dieser unlimited modus so wie er die letzten 123 jahre in my team war wiederkommt dann muss bitte was am matchmaking geändert werden also bitte matchmaking folgendermaßen skill based matchmaking kennt ihr oder ihr spielt gut ihr spielt gegen andere gute ihr spielt schlecht ihr spielt gegen andere schlechte wenn ich in unlimited rein gehe dann spiele ich gefühlt gefühlt nicht wirklich nicht dass ich irgendjemand angegriffen fühlt gefühlt mit den besten leuten europas jedes spiel ist verschwitzt wie scheiße leute die bei mir im stream dabei sind die wissen ganz genau wovon ich rede das sind hast nie easy games wenn ich klatscht heim spiele wenn ich triple fett spiele dann gewinne ich 15 20 games am stück vielleicht verliere ich mal eins dazwischen aber das sind winquoten die sind jenseits von gut und böse und so macht das spiel auch spaß wenn ich gut bin weil ich 2000 spielstunden habe sage ich jetzt einfach mal dann soll ich doch auch dafür belohnt werden und nicht mich noch ärgern müssen dass ich gegen andere leute die ganze zeit spiele die auch so sind wenn ich das möchte okay aber ich möchte auch fünf gegen fünf normal spielen mit meinem team ohne dieses kippes matchmaking fünf gegen fünf normal ist für mein team hier in dem sinne wahrscheinlich salary cap aber da kann ich nicht mit meinem team spielen hier habe ich auch dieses matchmaking wo ich 90 prozent meiner spiele gewinne cool aber irgendwie brauchen wir noch so ein fünf gegen fünf modus wo jeder sein eigenes team benutzen kann wo einfach kein skill best matchmaking dabei ist wo dann auch mal anfänger probieren können wie es ist gegen schwerere zu spielen ich weiß nicht bitte kein skill based matchmaking mehr game modes generell wir haben jetzt vor zwei jahren also wir haben jetzt dieses jahr und letztes jahr klatscht heim neu dazu bekommen cooler modus der muss bleiben triple thread liebe ich es gab einen draft modus dieses jahr gab es keinen draft modus ich finde den brauchen wir auch nicht unbedingt wobei damit kann man auch ganz coole videos und stream inhalte machen aber habe ich persönlich nie gespielt unlimited muss bleiben ich habe ja gerade schon gesagt da muss noch ein modus dazu kommen der nicht skill best matchmaking basiert ist mach unlimited dann mit einer wirklichen rangliste nicht nur 1 bis 50 sondern macht eine rangliste 1 bis wie viele spiele auch immer spielen es kommt ein modus dazu das haben wir schon in einer ankündigung gehört der heißt king of the court ich habe mir diese ganzen ankündigung noch nicht durchgelesen und warum das alles so ist das kommt auch noch ein extra video aber das klingt doch schon mal viel versprechen king of the court klingt für mich ohne dass ich es durchgelesen habe korrigiert mich wenn ich hier falsch liege als ihr da schon mehr wirst wieso ein 1 gegen 1 modus bei dem es einfach darum geht den ersten punkt zu machen oder bis zu einer bestimmten punktzahl zu kommen und dann bleibst du eben drauf so wie es bei king of the court auch ist wenn ich gewinne bleibe ich auf dem court drauf nächster gegner kommt mal schauen ob du mich schlagen kannst ja wechsel nein ich bleibe wieder drauf und kann eine serie aufbauen wenn das king of the court ist cooles prinzip such dir deinen besten spieler aus und dann jetzt geht es trippelt co-op online und auch ohne online finde ich auch gut kann auch bleiben ich finde je mehr wir haben desto besser von daher immer her damit wie sie preise leute wir müssen über die vc preise reden ich finde die vc preise die sind vor ein paar jahren angehoben worden und sind seitdem gleich geblieben das ist insgesamt eine ok entwicklung wenn man an die inflation und so weiter denkt man muss natürlich immer mehr ausgeben damit man anders kommt was man im spiel haben möchte und daher reicht vielleicht hier auch die inflation abseits davon ich finde die vc preise müssen runter wenn du mit den preisen start ist wie sie jetzt sind okay fein aber das spiel ist jetzt im juli wir haben bald august im september kommt das neue spiel und ich habe noch nicht einmal in meinem spiel gesehen dass die vc irgendwie mal runter gesetzt waren oder das ist mal zu black friday im game einen discount gab oder irgendeine aktion das habe ich auf amerikanischen account schon mal gesehen auf twitter auf fotos aber selbst da ist das selten und ich habe es noch nie noch nie noch nie noch nie auf einem europäischen geschweige denn auf einem deutschen account gesehen als das bei euch schon mal so war schreibt es mir gerne in die kommentare würde mich sehr interessieren aber das muss es halt geben es kann doch nicht sein dass am 13 juli wo ich das jetzt aufnehmen abends die vc für 20 box also 200.000 wie sie dass die immer noch 50 euro kosten ich weiß nicht also dass das das geht das geht mir zu weit das darf nicht so sein die vc preise müssen runter jetzt nicht unbedingt von anfang an aber es muss mal aktionen geben rabatte und das muss mit dem jahr weniger wert werden finde ich wenn die vc preise allerdings nicht sinken und ihr trotzdem günstige wie sie kaufen möchte dann kann ich euch instant gaming empfehlen ich habe einen link in der video beschreibung über den ihr auf instant gaming die günstigen preise bekommen können instant gaming bietet super günstige spiele und auch playstation guthaben an bis zu 20 prozent glaube ich reduziert wenn ihr über den link kauft bekomme ich so transparent bin ich natürlich drei prozent von eurem kaufpreis das heißt ihr profitiert von den günstigen preise bei instant gaming und ich werde von euch support eine hand weg die andere und es ist win-win deswegen wenn ihr interesse habt schaut doch mal vorbei herzlichen dank für den support wir brauchen mehr locker codes der nächste punkt wir brauchen mehr locker codes es gab vor zwei jahren und die jahre davor bei jeder promo ein locker code zur promo wo du einen deluxe pack bekommen kannst oder ein deluxe pack bekommen hast die deluxe packs für die dies gerade nicht auf dem schirm haben das sind packs in denen garantiert ein spieler von der promo drin ist bedeutet du hast schon mal einen start für die collection wenn du richtig viel glück hast dann hast du genau den spieler bekommen den du eh haben wolltest und du brauchst gar nicht mehr großartig auktionshaus oder in die packs gehen oder was auch immer das ist vor zwei jahren weggegangen und dann gab es nur noch locker kurz mit dem normalen pack dachte mir okay das ist scheiße aber damit kann ich leben ich bekomme immer noch ein pack for free da ist meistens dann nicht ein spieler aus der promo drin da brauchst du schon glück dass überhaupt spieler aus der promo drin ist aber es ist ein free pack nehme ich mit es gab dazu noch challenges agendas hast deine packs bekommen aber es war immer noch ein free pack dieses jahr gibt es gar kein locker code mehr zu der promo dieses jahr gibt es noch die agenda ein deluxe pack und dann gibt es einmal die challenges für normales pack im normalen pack wie ich gerade schon gesagt habe ist mit glück jemand aus der promo drin wenn hier an der promo nur dark matters 99er spieler drin sind ganz ob beim normalen pack davon ausgehen dass nicht ein spieler aus der promo drin ist beim deluxe pack hast du dann natürlich ein jackpot gezogen das ist ganz cool dass sie das noch drin haben aber ich finde das kommt auch mit einem nächsten punkt da will ich noch nicht so viel zu verraten das muss nicht so sein und da ist der nächste punkt und das ist ein ganz wichtiger punkt er für die kundenzufriedenheit auch sehr ausschlaggebend ist denn bei 2k ist es so wenn du kein geld reinschmeißen möchtest in das game dann kann es sein dass du natürlich ein schlechteres team hast aber wenn du das nicht haben möchtest dann musst du irgendwie anders dafür sorgen dass dein team gut ist und wenn du kein geld reinsteckt dann musst du eben lebenszeit reinstecken und bei 2k ist es wirklich echt heftig wie viel zeit man reinstecken muss für sachen die einen auf einem gewissen level halten gucken wir uns mal an was diese ganzen agendas in der rush collection in der ich weiß gar nicht mehr wie die ganzen collections da alle hießen aber ihr wisst wovon ich rede diese diese wöchentlichen dinger wo du immer eine serie von spielern bekommen hast und am ende wenn du alles geschafft hast hast du zum beispiel dark matter bill russell oder sowas bekommen oder dark matter staff curry was auch immer ich fand das war viel zu heftig leute wie ich natürlich die zocken dann darauf die fangen dienstag an mittwoch donnerstag hast du das ja normale leute müssen gucken dass sie das in den zwei wochen schaffen leute mit familie leute mit jobs schüler schülerinnen studenten studentinnen was auch immer okay spielen darf nicht zu einem teilzeitjob werden es kann doch nicht sein dass eine agenda für einen spieler und wir müssen mal die hand aufs herz legen du bekommst auf jede aufgabe irgendwelche spieler aber das ist das ist müll die willst du gar nicht haben am ende willst du diesen einen spieler haben es kann doch nicht sein dass du neun stunden spielen musst um einen spieler zu bekommen er in zwei wochen wieder nichts mehr wert ist weil du keine promo raushaut wo der spieler komplett übertrumpft wird und wenn du vorne mithalten willst wie ich einer bin dann ist es halt so du hast diesen spieler jetzt grindet neun stunden acht stunden sieben stunden grind ok cool der spiel zwei wochen nächste promo pack mit dem und dem jeder gegen den ich spieler hat den was machst du da stehst du vor ganz ganz schwierigen entscheidungen und das ist wieder der kreis der sich schließt glücksspiel leute gehen dann ins glücksspiel wollen mithalten wollen auch gewinnen wollen sich gut fühlen beim spielen wollen die besten spieler haben das spiel ist ab null jahren das spiel ist ab null jahren du kannst nicht dieses spiel ohne altersbeschränkungen ausgeben zumindest nicht den my team modus der punkt ist ausgeklammert aber das wäre der neunte punkt erhöht die altersbegrenzung für das spiel auf 16 oder 18 wenn glücksspiel drin bleibt und das meine ich komplett ernst weil das würde ich meinem sohn wenn er dann ein bisschen älter ist ich würde ihnen das nicht spielen lassen ganz ehrlich ich würde ihnen das nicht spielen lassen wenn ich weiß wie dieses spiel funktioniert ich würde meinen sohn das spiel nicht spielen lassen ich würde dem verbieten mein team zu spielen obwohl das der modus ist der mir persönlich am meisten spaß macht und das ist krass dass das klingt krank weil ein raucher würde auch sagen ich ich rauche selber aber ich würde niemals meinen sohn rauchen lassen ja das ist der größte fehler den ich je gemacht habe blablabla aber das ist jetzt hier ein videospiel und glücksspiel ist noch mal eine ganz andere sache ich weiß nicht also mein team ist auf einem ganz ganz schwierigen weg und ich bin wirklich nicht jemand der sachen über dramatisiert oder naja doch aber und das sagen wir jedes jahr das ist ein make or break hier für mein team wir sagen dass jedes season das ist eine make or break season für mein team überlegt mal wir sind jetzt in season 8 ich bin level 5 und ich hatte drei levels kipps von der deluxe version das heißt ich bin jetzt ein level und ein halbes drin und dieses hießen geht schon zwei wochen oder oder sogar länger das sagt einiges darüber in welchem zustand mein team ist ich habe anderthalb level ergrindet dieses season ja ich fange jetzt hier an rumzulabern deswegen beende ich das video jetzt an dieser stelle schreibt mir eure meinung zu jedem einzelnen punkt gerne in die kommentare können auch gerne mal längere kommentare sein wenn ich einen punkt vergessen habe schreibt ihn bitte auch rein ist ganz wichtig kann ich dann vielleicht noch mal einem short oder einem neuen video hinzufügen kann ich eine dokumentation einfügen ansonsten wie gesagt schaut euch die ganzen sachen in der video beschreibung an support ist bei euch wirklich strong wird sehr sehr groß geschrieben dafür herzlichen dank wir sehen uns in 25 auf jeden fall noch mal wieder mal sehen wie lange es dann geht aber wir sehen uns auch noch dieses jahr wieder mit einem weiteren video bis dahin dies